Ein neuer Tag, ein neues Glücksversuch, Satzbau Deutsch 5 Sätzen. Ja, wir sind ja noch bei Stufe 35, letztes Mal haben wir mit Elsa nicht so ganz viel Glück und deswegen entfernen wir jetzt mit Anna den ganzen Frost oder versuchen es zumindest. In der Hoffnung, ein Ed überlegen. Nicht so leicht hier alles. Oder hat man Anna schon das letzte Mal hier einen Supporter gechoist oder... Ja, und ach, äh, dann machen wir mal so, bringt zwar auch noch nie das. Ha! Ha! Läuft! Ja, mach mal den. So, jetzt mal raus. So, jetzt mal raus. Das sieht doch schon mal besser aus als zuvor. zuvor. Oh, Humba ma Fumba. Okay, wir haben noch sieben und noch acht. Noch acht Züge. Es sah so gut aus. Was war? Hab ich's mitgekriegt? Drei Züge. Da ist nicht noch ein Roter kommen können. Nein. Erneut. Ah ja, sie hat ja auch noch eine Fackel. Ah, und es fing so gut an. Das sieht auch schon wieder so aus. Aber hier unten nicht irgendwas, was war irgendwie. Nein, haben wir nicht. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber was war. Ach, zehn Züge. Die wollen mich doch echt verscheißen, wollen ich. nicht. Das hilft mir nicht wirklich viel. Die Runde ist doch... Die Runde ist schon verloren. Behauptete, behauptete ich. Also ich krieg jetzt richtig so ein Monster-Ding hierhin, was aber nicht passieren wird. Die unmögliche Mission. Man nannte es ist die unmögliche Mission. Und vorbei. Sorry. Hey, Leute. Ach Gott, der Mist. Wir waren schon mal ganz nah dran. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen gelben. So irgendwie haben wir. Tja. Oh, das hat jetzt. Sehr gut. Du rumpst. Hm. Elf Züge. Elf. Links. Bums. Gedöns. Aber wenn man hier nichts irgendwie groß kriegt, um irgendwas wegzuballern, dann... Denkt man auf das beste Stack hier nichts. Einzug. Ne, ich möchte es nicht. Weil es ohnehin nichts bringt. Sag ich doch. Egal, wir haben ja noch mal gucken, ob wir die Map überhaupt noch mal schaffen. Die Map wird ja auch nicht einfacher. Es ist eher das genaue Gegenteil. Das hat jetzt auch nichts gebracht. Ah, ich finde wahnsinnig. Wahnsinnig werde ich, sag ich euch. Ich sage es euch. Ich werde wahnsinnig. Ich werde euch halbwegs bad. Viel bad. Oh, das ist mein Schumann. Ein bisschen was. Jetzt haben wir ein Dach. Schon mal alles weg. Jetzt brauchen wir hier noch was. Bringt alle nichts. Das hat ein bisschen was gebracht. Ein bisschen. Zwei Züge. Moment, wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir haben es geschafft. Ich musste zwar jetzt einen Schneeball dafür verschwenden, aber das war jetzt gerade geschenkt. Das war jetzt vorhin echt geschenkt. Nächster Level. Da bleiben wir dann auch wieder hängen. Also schaffen wir pro Part eigentlich nur noch zwei Maps. So, irgendwie. Oh, ernsthaft schon wie... Oh, obwohl Schnee... Ja, okay. Schnee entfernen ist ein bisschen auch bescheiden. Und das ist noch relativ easy ist. Relativ. Wenn wir dann hier oben so eine Kack-Diener haben... Was ist das? Sieben Züge? Das Spiel will mich verkack-eiern. Will mich das. Ja. Wir brauchen hier unten mehr. Was da oben ist? Wumpe. Es wird neu gemischt. Okay. Nein. 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 Es tut mir leid. Es sind halt drei übrig geblieben. Ich glaube, ein Leben in Hamburg hoffe ich noch. Oh, Goddammit. Okidoki, ähm... Machen wir da zwei hier weg. Wir müssen uns ja erst einmal so um den Schnee kümmern. Dass die Dreckschleuder hier mal wegkommt. So, jetzt haben wir da... So, jetzt haben wir das auch. Wir haben noch acht Züge. Ey, man hat hier viel zu wenig Züge. Ernsthaft, wir haben hier... So, jetzt habe ich nur noch einen. Und zwar den da unten. Das heißt, wir müssen... Gewonnen. Boah, wir müssen immer noch so viele Punkte machen. Geschafft. Glück gehabt. Ganzhaft, das war Lack. Das war Lack. Next Level. Und ich glaube, wir haben noch null Leben. Oder eins. Eins haben wir noch. Anna, erwachsen. Endlich sind die Damen... Hier mal die Damen. Ja, die Damen. Die Damen. Ich bin mal ein bisschen erwachsen. Ja, sie sieht sehr erwachsen aus. Eine sehr erwachsene junge Dame. Und... Das ist eine Kackmap. So, da haben wir schon mal soweit. Ah, da oben haben wir noch was. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir... Ah, ich hätte mal einer wegschieben sollen. Das wäre... More awesome gewesen. Lass doch mal dein kleines Rohr. Das sieht gut aus. Boah. Noch neun. Das hier links, das interessiert mich nicht mehr groß. Los. Noch drei. 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 Ist klar. Jetzt kommt einmal quer. Oh. Komm, einen Leben haben wir doch noch. Oh. Wir haben kein Leben mehr. God damn it. Nein, ich will nicht welche kaufen. Okay, das war's diesmal für Frozen. Oh, wir kriegen das nämlich so in einem Part immer durch. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Skoski.